Das hier ist eine Zeitschrift, wie wir sie alle kennen. Und das hier ist auch eine Zeitschrift. Du könntest dir vielleicht unsere Lesegewohnheiten ändern. Stell dir vor, du liest in einer Internetzeitschrift einen Artikel über eine neue Platte, der dich zum Beispiel maßlos ärgert. Dann kannst du gleich dem Journalisten die Meinung reindrücken. Oder du bist so angetan, dass du dir die Platte sofort kaufen musst. Und auch kannst. Nicht schlecht. Es ist möglich. Evolver ist die erste reine Internetzeitschrift im deutschsprachigen Raum und kommt aus Österreich. Box, die Streberkiste, hat die Details dazu. Evolver ist ein E-Sene, World Wide Web Zeitschrift, Online-Magazin. Also der Unterschied zu konventionellen Medien ist einmal grundsätzlich, dass es papierfrei produziert wird. Dass es nur im Internet zugänglich ist. Es besteht aus computertauglichen, internettauglichen Daten. Ein weiterer Unterschied ist, dass es interaktiv ist und multimedial. Ein E-Sene, ein Electronic Magazine also. Alles ganz normal, nur halt ausschließlich auf Computer und mit mehreren entscheidenden Vorteilen. Ein einfaches Beispiel für die Interaktivität im Evolver ist, wenn man sie, sagen wir mal, für Computerspiele, was einen Sony Playstation interessiert, wählt man die Computerspiele an, da sind die neuesten Spiele drinnen, die teilweise halt kurz vor der Veröffentlichung stehen, kann man sie anschauen, wie die gemacht sind, kann man Kritik drüber lesen, kann Screenshots sehen, eventuell kurze Filmausschnitte. Man kann das einmal andererseits bestellen. Für die Zukunft ist natürlich geplant, dass man online mit anderen Benutzern spielen kann. Ist natürlich eine etwas kompliziertere Sache. Unterschied und Vorteil Nummer zwei. Die Online-Zeitschrift bietet Service ohne Umweg. Nicht nur das tagesaktuelle Kinoprogramm, sondern per E-Mail gleich die Kinokarten dazu. Unbegrenzt ausbaufähig. Vorteil Nummer drei. Kein langwieriger Leserbrief, sondern dem Redakteur gleich die Meinung per E-Mail hineinsagen. Grundsätzlich gliedert sich der Evolver in zwei Hauptteile. Konsumzwang und Cyberphilie. Konsumzwang beschäftigt sich mit Populärkultur. Angefangen von Computerspielen bis hin zu Büchern, Comics, Filme, Videos und so weiter. Es gibt Reportagen, Interviews und Berichte. Cyberphilie ist der andere Hauptteil, der beschäftigt sich mit Innovation. Es gibt ein Innovationsmagazin, wo es nur um neue Maschinen und neue Software, Hardware, Produkte geht. Wissenschaftsberichterstattung, also alles, was im weitesten Sinne mit Computertechnologie zusammenhängt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich Evolver anzuschauen. Man kann sich entweder ins Netz wählen, ins World Wide Web und dort durchschauen, also durchblättern. Die Kosten, die entstehen, wenn man sich den Evolver online anschaut, sind grundsätzlich abhängig von der Ortsgebühr, die die Post für Telefongespräche veröffentlicht. Die billigste Variante ist wahrscheinlich, das zu abonnieren. Also wenn man es abonniert, kriegt man die neueste Version eine Woche bevor sie ans Netz geht, auf Diskette zugeschickt. Um den Evolver konsumieren zu können, braucht man grundsätzlich Zugang zum Internet. Also man braucht einen World Wide Web Account bei eben einem Online Provider, über den man sich praktisch einwählen kann. Man braucht einen Modem, man braucht einen Computer, es ist egal welche Plattform, und man braucht einen World Wide Web Browser. Das ist der Netscape Navigator oder der Microsoft Internet Explorer. Wer auf die Interaktivität und die bewegten Bilder vorübergehend verzichten kann und lieber Papier in den Händen hält, kann den Evolver natürlich auch ausdrucken. Also diese Schwächen vom Evolver gehen an sich Hand in Hand mit den Schwächen des World Wide Web und der Programme, mit denen man das zur Zeit benutzen kann. Die Schwächen sind hauptsächlich zu suchen, denke wir, in der Downloading-Zeit für Filme und Tonsamples. Und das wird sie, nachdem ja die Telekabel- und Telekom-Liarden investieren in neue Netze, Hochleistungshybrid-Gasfasernetze und so ähnliches, wird sie das in spätestens zwei Jahren das Problem erledigt haben. Ja, und bis dahin haben wir sicher auch keine Probleme mehr. Ab Oktober ist der Evolver im Internet unter www.evolver.at abrufbar. Es wird sicher ein Nachahmer geben, es soll auch ein Nachahmer geben oder Leiter, die was Ähnliches machen für andere Interessensbereiche. Die erste Version von Evolver kann man sich schon ab Oktober anschauen. Die offizielle erste Ausgabe gibt's dann ab November. Jedes Monat neu, aber nicht am Kiosk. Statt The Prodigy werden uns Gang and Nancy die Ära erweisen und von Riesenspektakel Snow in the City kommen.